Ah, ich kann mich aufregen! Das hat alles angefangen mit der depperten Affe. Ja, gestört hat es mich heute, weil die ist es direkt da. Auf der Unterlippen, da kannst du nichts mehr essen und trinken, ohne dass es brennt, ihr Sau. Dann bin ich zu meiner Hausärztin gegangen, zu der ein Dings, wie heißt das? Zu Hofstädter bin ich. Und was war? Im Urlaub war es. Eine Vertretung war da, so eine frisch ausgelennte. Sie, dann habe ich ihr das Problem geschildert. Aber sowas, sowas habe ich auch nicht erlebt. Sagt die zu mir, da hat sich ja ein brodelnder Vulkan auf ihrer Unterlippe breitgemacht und fragt mich, welches heiße Thema mir nicht über die Lippen kommen will. Sie, ich habe schon erst einen Moment überlegt und dann habe ich halt gesagt, ich brauche heute eine Creme oder sowas. Aber glauben Sie, die war auf mich eingegangen? Weiter, Kretorz! Warum mein Umfeld, mein inneres Brodel nicht mitbekommen darf. Und da stellt die mir eine Kommunikationsblockade und fragt, wie es um meinen Mut steht, unangenehme Themen anzusprechen. Sie, wenn ich mit dem Thema Offenheit schon mal irgendwann Probleme gehabt hätte, also... Ja, jetzt frage ich Sie. Sehen Sie zwischen einer Haffne im Mund und einer Kommunikationsblockade irgendeinen Zusammenhang? Nicht, gell? Sowas. Ob ich mich durchsetzen kann? Ich habe es einfach weiter reden lassen. Und dass ich Aggressionen in mich hineinfressen darf, das braucht die mir nicht zum Sagen. Dann hat Hotz mit so einem frechen Grinsen zu mir rüber geschaut und gesagt, ich werde der Typ Mensch, der sich lieber selber beißt, anstatt andere mit einer unangenehmen Wahrheit zu konfrontieren. Sie, das habe ich mir dann aber nicht mehr gefallen lassen. Fieber. Weil mit solchen psychologischen Weisheiten braucht die mir nicht daherkommen. Dann habe ich ihr aber die Witten gelesen. Sie, die habe ich so zusammenfallen lassen. Wissen Sie, wo Sie der hier hinlassen habe? So geht sie ihr. Sie! Jetzt gehen Sie aber zweit! Und dann bin ich ohne Kommentar an der windigen Aussehfe vorbeigegangen. Und wie er aus der Tür draußen war, da habe ich mir aus, was ich immer noch mal draufbissen. Und wie er aus der Tür draußen war,